This is somebody I used to know Du hast nicht mal einen Balken bei Fahren Doch Bei mir nicht, lol Normalerweise hatte ich alles voll außer Schleichen Auf der 360 zumindest, aber ich habe das Profil übertragen, also müsste es eigentlich gleich sein Das ist das denn jetzt Boah, wer klingelt denn da noch welche Terrorist jetzt? Das ist Trevor Oh, Trevor Der verrückte Typ hier schon wieder Sofort aufnehmen, das darf keiner verpassen Ja, genau, erst wenn mich da reinschleidern sauber, dann geht Ja, geschieht dir vielleicht doch recht Schlafen Wie ist da noch nicht ein Frauenkleid an wie in der Kampagne? Ach, es kommt auch schöne Momente mit Trevor TPI Trevor Phillips Industries Cut, hier Das ist mich geil Das lustige ist, wenn man das Finale macht, das ist so lustig, die Schlussszene Oh ja, das ist lustig Aber ich spoiler jetzt mal nicht Ich kenne es auch, ich kenne es auch Spoiler Alarm Ist das Ron, der da mit dem Bein Dings mit dem... Der linke ist Ron, der rechts ist, wie heißt der? Fleisch oder irgendwie so Ah, Chefkoch Ah, Chefkoch, genau Wie hässlich ist denn Ron? Ey, meine Fresse Ja, das stimmt, das sieht ziemlich... In der Kampagne sieht er doch anders aus Ja, das stimmt Ron ist so ein richtiger Mitläufer In der Karriere sieht Ron ein bisschen jünger aus, hab ich das Gefühl Müllwagen, was ist das? Schleiche Lagerlust Ah, ne, wer ist das da? Wir fassen ihn beim ersten an und dann gehen wir langsam runter Oder? So Ja, ja So, warte, warte, bitte, warte Ok, passt Bevor wir halt das nächste machen, muss ich noch mal in der Festplatte holen Dass ich die, was jetzt rüber, schon mal rüber ziehe, weil sonst hab ich keinen Spaß Okay, fertig 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 Team ansehen Oh, wie ist ein Brot? 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 Oh, pass mal, start, go Ah, wo ist der Helm bei mir? Der Helm fehlt Das ist einfach der Schlauch Mad Max, ab 14. Mai im Kino Da muss ich hin Was, der war da? Mad Max? Ja, da kommt am 14. Mai ein Kinofilm raus Und dann am... Dieses Jahr kommt dann auch noch das Spiel dafür zuhause Boah, Mad Max ist richtig heftig, ey Ja, ich hab den Trailer schon mal gesehen Ja, wenn der jetzt in vier Tagen rauskommt, dann muss ich mir wohl darüber anschauen gehen Weil das ist ja irgendwie auch in der Wüse so und es geht irgendwie um, keine Ahnung, Wasser oder sowas, oder? Kann ja jetzt jeder mit seinem eigenen Wagen fahren, das sind ja eh alle in den Crewer Ne, die wohl zusammen mit dem Team sind fahren, oder? Mh, wieso? Ja, jeder hat seinen Crew Wagen Sieht so viel geil aus, wenn jeder mit seinem eigenen Fett Ja, dann halt nicht im Fall Ja, super Mit Marvel Mit Marvel Ich war dir das erstmal gepostet Platt Ja, komm gib Gas Wo muss ich... Ja, ich war und Sherry vorbei ist die Sachse Tschüss Sherry Ich bin auch nicht schwer mit Sportwagen Super Sportwagen Ne, Sportwagen Kommt auch ein Sportwagen Ja 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 Ja, trotzdem, selbst ist, meiner ist selbst getuned langsam als deiner, hm Am Anfang war ich hier lang, Markus Ein bisschen Ja, du musst wohnen, ich muss zum Buchschrauber Also Ich bin einfach von Markus gefragt, deswegen... Ich bin einfach von Markus gefragt, deswegen... Ich bin schon auf die Karte Ich bin schon auf die Karte Nur so als kleine Typ Ja, er kommt an, wie so eine Sau, Alter Hui Ja, genau Sowei Junge läuft bei dir jetzt in einem Boot erst beim Streifen So, ich warte Ey, mach dein Wagen Ja, fahr deinen Strand Super Junge Tada Dein Wagen ist kaputt, oder? Ja, jetzt Ja, jetzt Warte, bis dein Team im Hubschrauber gestiegen ist Ist es jetzt das, wo wir zu der Yacht fahren müssen Und auf der Yacht dort rumschießen müssen Ja Uhhh Aber landet bitte auch im Flugha... Am Hubschrauberlandeplatz, wenn wir denn alle da einsteigen können Ich warte noch, oder? Nein, fahr schon mal hin Auf Marvin, hallo Ist doch egal, wir können eh unten rein Einmal ein Team geht oben, also das CD-Team und wir müssen unten rein Wieso nicht, dass die immer rausspringen Hahahaha Die grüßen Spackos, Alter So, jetzt steht gleich unten rein Ah, ja Easy, seid mal angeschossen Das ist die Personelle Das ist die Personelle Bleibst du Ticker So, dann landen wir mal auf dem Helipop Auch nicht tot Ja, dann mach mal Ah, nein, da links kommt einmal jetzt Warum kann ich eigentlich nicht schießen gerade? Wo ich eine Waffe rausholen kann Oh Einfach raus Nice Was auch noch, da kommt jetzt einer Super Helikopter Dann töte mich halt gleich Lass mich mal auch kurz nehmen Danke Was? Wie ist Jerry denn bitte schon gestorben? Weil ich irgendwie rausgespawnt bin und dann bin ich einfach da rumgerannt Hatt ich erst keine Waffe in der Hand und ja Also ich glaub der Helikopter funktioniert nicht mehr, falls wir mit dem abholen wollten Wieso? Wir sind abgeschossen worden und der Schützt glaube ich ohne Rotoblätter Oh Gott Oh Leute So Ja genau, lasst ja ins Wasser wieder runter Es ist ja eine gute Information gewesen, dass die Landeplatte voller Gegner Dann hätten wir das anders regeln müssen Äh Helis Helis Ja Helis Kein Ja, können wir abschießen mit Lenkraketen Ich kümmere mich drum Ja, ich hab noch keine Ich kümmere mich nicht Rausschießt, ich will den Heli von denen haben Ja, das bringt auch was auf Schon ja Junge Ja, ich fliege hier alles in die Luft oder was Okay, wir können wieder hoch, wir können wieder hoch, oder kann man da hinten hoch? Wir müssen hier hin Ah Ich hab ein Päckchen Komm, wir haben da noch ein bisschen Koks Ich geh jetzt ne Geisel Ja, hier sind viele Geisel Aber nicht schon oben Scheiße, was hat hier ein beschossen Helis Au Oh Ja, das ist echt geil Ja Ja Schon richtig geil hätte man sie sich als Haus kaufen können, alter Für so richtig viel Geld Ja, das sind 20 pro Garagentagplätze Jetzt gab's mal bei so einem Spiel als Test Drive Unlimited 2 Ja, ich weiß, ich weiß Das hab ich Ja, da gab's das Ich auch Für 360 Ich hoffe, da kommt noch ein dritter Teil irgendwie War da mal so angekündigt Ja, das Spiel war nicht arschgeil Ja, war so ein dritter Teil mal angekündigt oder so Ich hab das so gefeiert Was war geil für ein Spiel? Dann gab's da so ein Gateflitch, Alter Man könnte sich einfach alles holen Test Was? Es gab ein Gateflitch? Ja, da gab's mal ein Gateflitch Oh man, ich eben nicht Ich wusste es nicht Oder du hättest deinen Freunden einfach Geld geben können, indem du einfach ein Renn gegen die fährst und extra verlierst und Ein paar Peer Weg in den Boot In den Boot Ey Weil wir mitfahren Ja Okay, gut Weg Hey, die Mucke einfach mal geil Passt irgendwie gar keine Situation, aber ist voll lustig Die Frage, ich könnte mir auf dem Wasser überhaupt die Cops abschütteln? Natürlich Ja, ja Fahr da rechts in den Kanal Rechts, rechts, Fahr da rechts in den Kanal Ich folg grad hier irgendjemand Wieso? Fahr doch mal rechts in den Kanal rein Ah ja, da Lass lieber in den Kanal fahren Da vorne Wohl lang, ich fahr jetzt der vordere fahr ich jetzt aber in der der wohl voraus ist der vorn ist der kanal kann ich der beifahrer noch rausschieben mit seinen linker links 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 hat der kanal zu sehen darüber nach da rein hallo bleiben wir einfach hier drin dann sehen sie uns eh nicht ich habe mich hier drin und er kommt polizeiboote weiter nein die kommen nicht rein ja super drauf war ich kann weiter von diesen ja bleib hier bleibt hier bleibt hier bleibt hier dass hier bleibt hier super wir haben ja wir sind jetzt auf jeden fall sicherheit ist gut und heute sehen wir uns dahinter geradeaus machen wir haben die uns jetzt gesehen hier drin super jetzt hier links er kann auch durchaus karten lesen ich hätte auch recht sagen ja ich muss auch noch mal aus dem jute erst recht ich wenn du voll mit dem Ding in den Wasser reinheizt, dann krieg ich nichts für wie so ein Tollier wegwachen voll wie bald ich mit dem Shensky gekommen bin oh, ja, so ist es in die Luft geflogen so, er ist schon weg, ja volle Kanne ja, komm, mach doch Platz Marvin, weißt du, was ich dir empfehlen kann? was? nichts schusssichere Reifen ja, weiß, hab nur gar kein Geld, um mir welche zu kaufen, aber nachher vielleicht ey, du, alles gar nicht cool, ne? du hast einen Barüberfall gemacht, hast gar echt keine Kohle mehr ich hab mir das Fahrzeug gerade vorher aufgetunt, hab ein paar Euro gekostet oh ich konnte mir vorhin nur das Fahrzeug kaufen, ein bisschen Farbe, für mich hat es nicht weißt du, wieso mir das Geld nicht weggenommen wurde? wieso? wieso? weil ich nicht so oft GTA gespielt hab und weil ich mir nicht die größten Wagen gekauft hab ich hasse so übelst krasse Wagen wie Bugatti oder sowas deswegen wurde mir das Geld auch nicht weggenommen, weil ich mir nicht so krasse Wagen gekauft hab ich hab mir halt das war ziemlich oft anders getunt aber ich hab mir auf dem Spiel nicht so oft gespielt, deswegen wurde mir das Geld auch nicht weggenommen ja, du hättest schon überhaupt nicht so viel Geld bekommen sollen doch, wieso nicht? ja, ich brauch so viel Geld zumindest ein paar tausend oh du bist übelst neidisch, Kerl, Alter du gönst das mir nicht nö, gar nicht du würdest auch neidisch auf jemand anderen sein, hättest du's selber nicht ja, wenn man das Geld verschenken könnte, ist ja egal ich würd euch auf jeden Fall erstmal jedem mindestens 20, 30 Millionen geben also Ron ist, also Ron ist echt ein älter Sack ja erzählt Zika, du bist auch immer älter ja, aber guck mal, wie krass ist das also in der Kampagne von der Kampagne bis hierhin, ja, das ist schon ziemlich große Unterschiede, stimmt du musst dir vorstellen, in der Kampagne sind die halt erstmal ein paar Jahre untergetaucht ja, das sieht man, das sieht man dem an, das sieht man dem an ja, das sieht man, dass die Partei hier weg war 15.000 komm, Level 14, 114, komm ja, 114 ah, sehr schön, sehr schön ah ah ah